Nachdenkseiten Die kritische Website RT, YouTube und der Infokrieg Von Tobias Riege Eine Mitwirkung der deutschen Regierung an der YouTube-Zensur gegen den russischen Sender RT sei eine Verschwörungstheorie, sagt Steffen Seibert. Selbst wenn das stimmt, mindestens wegen Untätigkeit, ist der deutsche Gesetzgeber mitverantwortlich an einer unhaltbaren Situation. US-Konzerne nehmen willkürlich Einfluss auf den politischen Diskurs in Deutschland. Aus Russland kommen derweil harte verbale Reaktionen auf die Löschung der deutschen YouTube-Kanäle von RT. Es gab in den vergangenen Tagen mehrere bedenkliche Entwicklungen bezüglich der Meinungsvielfalt in sozialen Medien in Deutschland. Zum einen hat die Videoplattform YouTube, die zum Konzern Google gehört, deutschsprachige Kanäle des russischen Mediums RT gelöscht, wie wir berichtet haben. Zum anderen wurde von der Videoplattform eine Offensive gegen Falschmeldungen im Zusammenhang mit Impfungen gestartet. Und Google möchte in die Berichterstattung über Wahlen eingreifen. Auf die Löschungen der RT-Kanäle gibt es inzwischen heftige verbale Reaktionen aus Russland, auf die wiederum von deutscher Seite aus Medien und Politik reagiert wurde. So sagte Regierungssprecher Steffen Seibert laut DPA, dass die Bundesregierung mit der Sperrung der deutschsprachigen Kanäle des russischen Staatsmediums RT bei YouTube nach eigenen Angaben nichts zu tun habe. Es gibt keine Entscheidung der Bundesregierung, sagte Seibert am Mittwoch in der Bundespressekonferenz. Weil es da anderslautende Erzählungen gerade auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Die Bundesregierung oder Vertreter der Regierung hätten mit der Entscheidung nichts zu tun, Seibert weiter. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht. Es handelt sich bei der Löschung nicht um eine Maßnahme von staatlichen Stellen. Man habe die Entscheidung von YouTube lediglich zur Kenntnis genommen. Seibert betonte, für die Bundesregierung sei die Pressefreiheit ein hohes Gut. Aus Sicht der Bundesregierung gebe es keinen Anlass zu Gegenschlägen. Wer darüber spreche, zeige kein gutes Verhältnis zur Pressefreiheit. Auf den Aspekt, dass die Betrachtung der Pressefreiheit als hohes Gut eigentlich die Verteidigung von RT gegen die zensorische Willkür eines US-Konzerns fordern würde, ging Seibert nicht ein. Die Heuchelei, die den Worten Seiberts bezüglich der Meinungsvielfalt inne wohnt, wurde auch von der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, aufgegriffen. Sakharova fragte mit Bezug auf andere Schikanen gegen russische Medien in Deutschland, z.B. Kontokündigung oder Verweigerung von Sendelizenzen etc., Zitat Zitat Ende Der Versuch von Seibert, die Hände der Politik bei diesem Thema in Unschuld zu waschen, ist vergeblich. Nehmen wir kurz an, es würde tatsächlich stimmen, dass die deutsche Politik in die Entscheidungen zu den Löschungen überhaupt nicht eingebunden war. Auch dann müsste schleunigst gesetzlich geregelt werden, wer in Deutschland was und warum löschen darf. Denn entweder war die Regierung in die YouTube-Pläne eingeweiht und dadurch indirekt mitverantwortlich, oder der US-Konzern tanzt der deutschen Regierung durch den Alleingang beim Akt der Löschung vor aller Augen auf der Nase herum, indem er selbst herrlich hochsensible Aufgaben in Deutschland wahrnimmt, die ihm niemand übertragen hat. Vorausgesetzt YouTube handelte von der deutschen Regierung völlig unabhängig, betrachtet man die russischen Reaktionen, so hat YouTube durch sein Vorgehen, neben der Einschränkung der Meinungsvielfalt, auch den Graben zwischen Deutschland und Russland nochmals vertieft. Eine solche Macht darf privaten Konzernen nicht zugebilligt werden. Die weiteren Pläne von YouTube gehen über die aktuelle Zensur von RT weit hinaus. Laut Medienberichten will die Videoplattform künftig falsche Informationen über alle Impfungen und nicht nur zu Corona-Impfstoffen entfernen. Betroffen seien Beiträge, die Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und örtlicher Behörden zu Sicherheit, Effizienz sowie Inhaltsstoffen widersprechen, teilte die Google-Tochter am Mittwoch mit. Accounts, die wiederholt oder besonders stark gegen die Regeln verschießen, würden von der Plattform verbannt. In einem verlinkten Blog-Beitrag von YouTube wird die Sichtweise des Konzerns geschildert. Einfluss soll wohl auch auf die Berichterstattung zu Wahlen genommen werden, wie Google in einem weiteren verlinkten Blog-Eintrag beschreibt. Akt einer beispiellosen Informationsaggression In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung fordert die Nationale Medienaufsichtsbehörde Russland, Roskomnazor, dass alle Beschränkungen für die YouTube-Kanäle RT.de und der fehlende Part, DFP, die von der Nachrichtenagentur RT betrieben werden, so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden. Roskomnazor stellt gar eine vollständige Sperre für YouTube in Russland in den Raum. Zitat Für den Fall, dass der Eigentümer der Plattform der Warnung nicht nachkommt, erlaubt uns die Gesetzgebung, Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der vollständigen oder teilweise Sperrung des Zugangs zu dieser Plattform. Zitat Ende Für diesen drastischen Schritt gibt es wohl eine gesetzliche Grundlage in Russland. Wenn ich den Wortlaut dieses Textes finde, werde ich ihn nachreichen. Im Artikel Stoppt die Zensur im Internet haben die Nachdenkseiten bereits politische Lösungen thematisiert und Bestrebungen einzelner Staaten beschrieben, solche Löschungen durch US-Konzerne im eigenen Land gesetzlich zu erschweren. Zitat Erwähnt werden muss aber auch, dass laut westlichen Medienberichten auch in Russland Internetauftritte Ziel von Schikanen sind, etwa die von Alexej Nawalny. Am Dienstag hatte das russische Außenministerium die Entscheidung, die beiden RT-Kanäle von YouTube zu entfernen, laut Medienberichten als Akt einer beispiellosen Informationsaggression und als öffentliche Manifestation von Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit bezeichnet. Den Diplomaten zufolge handelte YouTube LCC mit öffentlicher Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Behörden. Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonian, sagte, dass dieses jüngste Geschehen einer medialen Kriegserklärung Deutschlands gegen Russland gleichkomme. Simonian im Wortlaut Das ist ein echter Medienkrieg, den der Staat Deutschland dem Staat Russland erklärt hat. Simonian forderte, dass Russland etwa die ARD- und ZDF-Büros unverzüglich schließt. Dies sei zumindest aus Selbstachtung vonnöten. Die leidenschaftlichen russischen Reaktionen sind einerseits nachvollziehbar, angesichts der jahrelangen und einseitigen Diffamierungen von deutscher Medienseite. Aber sie sind in der erlebten Form auch ein bisschen ungeschickt. So geben sie etwa der FAZ die Steilvorlage von Moskaus Maßlosigkeit zu sprechen. Der Vorgang der RT-Löschung wirft einmal mehr die Frage auf, ob man Löschungen von privater Seite aus als Zensur bezeichnen dürfe. Schließlich könne Zensur ja nur von staatlicher Seite ausgehen, so eine weit verbreitete Argumentation. Diese These ist jedoch überholt. Zensur kann eindeutig auch von privater Stelle ausgeübt werden. Die Löschung der RT-Kanäle ist ein neuerlicher Akt der privaten politischen Zensur, der sich an zahlreiche Akte der privaten politischen Zensur anschließt. Dass die deutsche Politik eine solche politische Willkür zulässt, indem sie Löschungen von nicht rechtswidrigen Inhalten zulässt und diesen Bereich der Löschungen nicht gesetzlich geregelt hat, ist skandalös. In Deutschland herrscht eine ungesunde Arbeitsteilung bezüglich Zensur zwischen staatlichen und privaten Akteuren. Diesen Aspekt haben die Nachdenkseiten kürzlich im Artikel »Facebook behält Hausrecht – Freibrief für politische Willkür« beschrieben. Zitat Es gibt zu dem Thema widersprechende Ansichten. Manche Beobachter definieren Facebook streng als ein rein privates Unternehmen, das Dienstleistungen anbietet. Der große Erfolg des Netzwerkes und die daraus erwachsene, zentrale gesellschaftliche Bedeutung in zahlreichen Ländern dürfe nicht zu Nachteilen für das Unternehmen führen, etwa in der Form, dass dem Unternehmen von Nationalstaaten die Hoheit über die Löschpraxis genommen wird. Die andere Sichtweise sieht Facebook als zentrales gesellschaftliches Werkzeug der »auch politischen Kommunikation« in zahlreichen Ländern. Dieses Werkzeug sei als Kanal der politischen Meinungsbildung zu wichtig, um die Regie einzig dem US-Unternehmen zu überlassen. Dieser Standpunkt fordert vom deutschen Gesetzgeber, Facebook zur Akzeptanz des deutschen Rechts zu zwingen und etwa nur Beiträge zu löschen, die Paragrafen wie »Beleidigung« oder »Volksverhetzung« verletzen. Die Praxis, dass ein US-Unternehmen nach eigenem Gusto massiv in die politische Diskussion in Deutschland eingreifen kann, muss demnach eingeschränkt werden. Als Richtschnur für Löschungen etc. hätten dann deutsche Gesetze zu gelten und nicht die Geschäftsbedingungen oder die politischen Vorstellungen von Facebook-Mitarbeitern. Diesem Standpunkt schließe ich mich an. Zitat Ende. Auf den juristisch relevanten Aspekt, ob die »soziale Netzwerke« als redaktionell eingreifende Medien oder als ideologisch neutrale Marktplätze der Meinungen zu definieren sind, hat der Antispiegel gerade geschrieben, Zitat, »Es gibt Gesetze, die die Arbeit von Medien regulieren und zum Beispiel festlegen, dass Medien für ihre Inhalte haften. Google, Facebook und all die anderen Internetkonzerne sind eigentlich per Definition Medien und müssten unter diese gesetzlichen Regelungen für Medien fallen.« Genau das wollen die aber nicht und argumentieren, sie seien keine Medien, sondern Marktplätze der Meinungen, auf denen die User selbst bestimmen, was sie veröffentlichen und diskutieren. Die Internetkonzerne seien nur die Plattform, die diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Sie würden aber, im Gegensatz zu Medien, keine redaktionelle Arbeit machen, für die sie haftbar gemacht werden können. Daher fallen sie, so ihre Argumentation, nicht unter die für Medien geltenden Gesetze und Haftungsregelungen. Das würde stimmen, wenn die Internetkonzerne tatsächlich keine redaktionelle Arbeit machen würden und die Diskussion auf ihren Plattformen frei wären. Genau das ist aber, wie die Zensurmaßnahmen ein ums andere Mal zeigen, nicht der Fall. Eingriffe in die Diskussionen auf den Plattformen durch Löschungen, Zensur, Shadowbanning und andere Maßnahmen sind per Definition redaktionelle Arbeit, weshalb die sozialen Medien als Medien angesehen werden und den entsprechenden Haftungsregelungen unterliegen müssten. Zitat Ende. Wer RT unterdrückt, schadet der Meinungsvielfalt in Deutschland. Zum Aspekt, dass mit der Einschränkung von RT auch eine Facette der deutschen Medienlandschaft unterdrückt werden soll, hat Albrecht Müller gerade geschrieben, Zitat, Die Zensur wird die Substanz der demokratischen Willensbildung in unserem Land beschädigen. Die Redakteure der Nachdenkseiten wissen aus vielen Gesprächen mit Leserinnen und Lesern und aus vielen E-Mails und Hinweisen des Tages, welche produktive Rolle RT Deutsch als fehlender Part für die Meinungsbildung spielt. Spielte, muss man jetzt wohl sagen. Obwohl hier die ach so gepriesene demokratische Willensbildung gestört und zerstört wird, muss man angesichts der medialen Realität davon ausgehen, dass diese Zensur des als demokratisch gefeierten Westens in unseren Medien morgen und an den weiteren Tagen entweder Missachtung oder Beifall findet. Zitat Ende Das ZDF zum Beispiel versuchte kürzlich, die Zensur durch YouTube indirekt zu rechtfertigen, indem sie RT diverse Falschaussagen ankreiden wollte. Dieser Versuch ist aber gründlich daneben gegangen, wie RT in einem verlinkten Artikel nachvollziehbar schildert. Unterdrückt man ein Medium, dann wird die Meinungsvielfalt eingeschränkt. Dass US-Unternehmen den politischen Diskurs in Deutschland willkürlich und unabhängig von deutschen Gesetzen in dieser Form steuern darf, ist ein Skandal. Dass dieser Kampf gegen die Meinungsvielfalt auch von jenen Journalisten geführt oder gerechtfertigt wird, die die Pressefreiheit gar nicht hoch genug loben können, ist grobe Heuchelei. Die wichtige Rolle, die RT etwa als Korrektiv der westlichen Medienkampagnen zum Maidan-Umsturz oder zum Krieg gegen die syrische Regierung spielt, haben die Nachdenkseiten in diversen Artikeln beschrieben, etwa in »Die große Medienkoalition gegen RT Deutsch« anlässlich der Diffamierung von RT von Seiten des Deutschen Journalistenverbands DJV. Zitat RT ist nicht nur ein Konkurrent im Kampf um Zuschauer und Aufmerksamkeit. Der Sender hat sich auch zu einer ernsten Bedrohung für die westlichen Propagandakonstrukte etwa zum Syrienkrieg oder zum Putsch in der Ukraine entwickelt. Das mögliche Auslaufen der britischen Lizenz wird mutmaßlich als Möglichkeit gesehen, einen unbequemen Beobachter des eigenen Tuns unter Druck zu setzen. Zitat Ende In dem Artikel wird aber auch betont, dass man RT selbstverständlich die gleiche Skepsis entgegenbringen sollte wie anderen Medien. Zitat RT Deutsch ist nicht gefeit gegen Fehler oder Einflussnahme. Insofern muss dem Sender prinzipiell die gleiche Distanz entgegengebracht werden wie etwa dem »Spiegel«, der »Deutschen Welle« oder dem ZDF. Der prinzipielle und pauschale Vorwurf der »Propaganda« ist aber nicht angebracht und schon gar nicht aus der Feder von Redakteuren, die an monumentalen Kampagnen wie jener zu Syrien oder der Ukraine mitgewirkt haben. Wenn sich also der DJV und die großen deutschen Medienkonzerne durchsetzen mit ihrer aktuellen Kampagne gegen RT, dann wird eine zusätzliche Informationsquelle bekämpft. Das wäre unter vielen anderen Bereichen bei den Themen Russland, NATO-Kriege oder Farbrevolutionen ein Verlust. Zitat Ende Querdenker und RT gelöscht Deutsche Regierung duldet Zensur Nach den kürzlichen Löschungen der Querdenker-Kanäle durch Facebook, wir haben verlinkt berichtet, ist die Löschung der RT-Kanäle durch YouTube ein weiterer gravierender Fall von politischer Zensur. Thomas Röper beschreibt verlinkt innerhalb des Textes noch weitergehende Pläne von Google und auch die Verbindungen zu Institutionen wie der CIA. Diese Art der politischen Zensur in Deutschland durch dubiose US-Akteure wird von der deutschen Politik bislang durch Untätigkeit mindestens hingenommen. Dieser Zustand muss geändert werden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.